Liebe Erstsemester, es ist wahrlich keine leichte Zeit, um mit dem Studium zu beginnen. Nach wie vor hat uns das Coronavirus fest im Griff, weshalb ich leider nicht persönlich, sondern nur per Videobotschaft zu Ihnen sprechen kann. Umso herzlicher möchte ich Sie, liebe Erstsemester, an der Hochschule Pforzheim willkommen heißen. Die hinter uns liegenden vier Semester waren hart und haben jeden einzelnen von uns vor große Herausforderungen gestellt. Wir mussten lernen, Abstand zu halten, Masken zu tragen, auf persönliche Begegnungen zu verzichten und wir waren gezwungen, unsere Arbeit ins Homeoffice zu verlegen. Das ganze Leben hatte sich über Nacht verändert und das Sonne zur Bunde Treibung auf unserem Campus ist weitestgehend zum Erleben gekommen. Doch wie der altgriechische Philosoph Epikur schon sagte, kein Mübel währt ewig. Ich bin deshalb zuversichtlich, dass sich die Situation im Laufe des Frühjahrs deutlich verbessern wird und dass wir uns schon bald wieder frei und unbefangen auf dem Campus begegnen können. Und wenn wir dann am Ende der Corona-Zeit Bilanz ziehen, werden wir feststellen, dass es trotz der niedrigen Umstände auch positive Erfahrungen gab und Erfolge, auf die wir stolz sein können. Als erste Hochschule im Land Baden-Württemberg hatten wir schon mit Beginn des Sommersemesters 2020 unsere Vorlesungen und Seminare flächendeckend in virtuelle Hörsäle verlegt und damit gezeigt, dass wir in der Lage sind, extrem schnell auf Veränderungen und neue Situationen zu reagieren. Für eine öffentliche Einrichtung unserer Größe ist das nicht eben selbstverständlich. Durch die schnelle Einleitung umfassender Schutz- und Hygienemaßnahmen konnten damals alle unsere Studierenden ohne Zeitverlust ihre Prüfungsleistungen absolvieren und ihr Studium ordentlich zu Ende bringen. Dies hat uns große Anerkennung von Seiten der Studierenden und überdies ein positives Echo in den Medien beschert. Wir haben in Sachen Digitalisierung einen riesigen Sprung nach vorne gemacht, neue Lehrformen entwickelt und gelernt, dass es nicht unbedingt notwendig ist, um den halben Erdball zu reißen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Diese Erkenntnisse und das neu erworbene Wissen werden wir selbstverständlich auch in der Post-Corona-Zeit nutzen, um Lehre und Forschung an unserer Hochschule weiter voranzubringen. Und last but not least sind wir in der Zeit des Social Distancing enger zusammengerückt. Denn wir haben schnell begriffen, dass wir die durch die Pandemie verursachten Schwierigkeiten und Probleme nur in den Griff bekommen können, wenn alle mitmachen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Sie sehen also, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Diese wichtige Botschaft möchte ich Ihnen, liebe Studierende, gerne mit auf den Weg geben. Sie werden sowohl im Studium als auch in ihrem Privatleben immer wieder mit kleineren oder auch größeren Krisen konfrontiert werden und sich durchbeißen müssen. So unangenehm das auch sein mag, werden Sie auf längere Sicht davon profitieren, denn Krisen zwingen uns, ausgetretene Pfade zu verlassen, über die eigenen Grenzen hinauszugehen und Verbesserungen aktiv anzupacken. Damit Sie später optimal auf die Herausforderungen einer sich immer schneller wandelnden Arbeitswelt vorbereitet sind, möchten wir Ihnen eine qualitative Spitzenausbildung auf einem hohen akademischen Niveau angedeihen lassen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir, soweit es die Situation zulässt, geplant, im Sommersemester unsere Lehre im größtmöglichen Umfang wieder live im Hörsaal durchzuführen. Digitale Formate stellen für uns keinen adäquaten Ersatz für Präsenzlehre dar, sondern sind eine sinnvolle Ergänzung, um Lehrinhalte anschaulicher und zeitlich flexibler zu vermitteln, nicht mehr und nicht weniger. Nach unserem Verständnis einer modernen und auf Persönlichkeitsbildung ausgerichteten Ausbildung bedarf es einer besonderen Nähe zwischen Studierenden und Lehrenden, denn nur im direkten Kontakt lassen sich individuelle Potenziale gezielt fördern und fachliche Defizite beseitigen. Genauso wichtig für ein gewinnbringendes und erfüllendes Studium sind aber auch die persönlichen Begegnungen der Studierenden untereinander, um gemeinsam zu lernen, die Mensa zu besuchen, Sport zu treiben oder auch Partys zu feiern. Deshalb ist es unser fester Wille, sobald wie möglich wieder zum normalen Studienbetrieb zurückzukehren und Sie persönlich durch Ihr Studium zu begleiten. Gerne möchte ich Ihnen nun an dieser Stelle Ihre Hochschule ein wenig näher bringen. Mit ca. 6000 Studierenden, davon 750 Internationals aus 70 Ländern, ca. 190 Professorinnen und Professoren, ca. 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 250 Lehrbeauftragten aus der Berufspraxis sind wir eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Unsere Hochschule gliedert sich in drei große Bereiche, nämlich die Fakultät Gestaltung, die eine lange Tradition und einen hervorragenden Ruf in der Designausbildung aufzuweisen hat, die Fakultät Technik, die hochqualifizierte Ingenieurinnen und Ingenieure hervorbringt, die auf dem Arbeitsmarkt stark nachgefragt sind, und die Fakultät Wirtschaft und Recht jungen Menschen eine fundierte wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung bietet und sehr international aufgestellt ist. Mit unserer Größe geht eine fachliche Breite einher, die es uns ermöglicht, insgesamt 29 Bachelor- und 20 Masterstudiengänge anzubieten, darunter vier weiterbildende Masterprogramme. Kaum eine andere Hochschule im Land kann ihren Studierenden ein so breit gefächertes Studienangebot und Wissensspektrum bieten. Hierdurch sind wir in der Lage, unseren Studierenden Kompetenzen aus nahezu allen Bereichen von Wirtschaft, Recht, Technik und Gestaltung zu vermitteln. Letztlich können wir die gesamte Wertschöpfungskette eines Produkts, von der Entwicklung über das Design, die Herstellung, das Marketing, den Vertrieb bis hin zum Kundenservice nebst allen unterstützenden Prozessen an unserer Hochschule abbilden. Diese einmalige Vielfalt eröffnet Ihnen die Möglichkeit, neben der fundierten Ausbildung in Ihrem eigentlichen Studienfach auch andere Gebiete kennenzulernen und damit Ihren Horizont erheblich zu erweitern. Unter dem Leitsatz Führer durch Perspektivenwechsel haben wir uns vorgenommen, unser interdisziplinäres Potenzial weiter auszubauen und gemeinsam ganzheitliche Lösungsansätze für die drängendsten Zukunftsfragen unserer Gesellschaft zu entwickeln. Sie sehen also, liebe Erstsemester, dass Sie bei uns ideale Studienbedingungen vorfinden. Sie stehen an der Hochschule Pforzheim im Zentrum. Ihr Erfolg ist uns ein persönliches Anliegen. Dafür fordern wir viel von Ihnen. Das werden Sie in Ihren Seminaren und in Ihren Klausuren erfahren. Wir bieten Ihnen aber auch vieles. Ob in unseren studentischen Initiativen, interdisziplinären Projekten, der Rentspiele, dem Hochschulorchester oder unserer Hochschule Big Band die Möglichkeit, sich bei uns über das Studium hinaus zu engagieren, sind mannigfaltig. Beteiligen Sie sich und gestalten Sie Ihr studentisches Leben aktiv. Nutzen Sie unsere Kultur flat. Als Studierende der Hochschule Pforzheim haben Sie seit kurzem die Möglichkeit, kostenlosen Zutritt zu den verschiedensten Angeboten der Kulturträger der Stadt zu erhalten. Vom Sinfoniekonzert über den Kinofilm bis zur Ballettveranstaltung. Bei uns in Pforzheim gibt es für jeden Geschmack das passende Angebot. Gehen Sie ins Ausland. Lernen Sie neue Sprachen und bewerben Sie sich um Stipendien und Förderpreise. Überschreiten Sie bewusst fachliche Grenzen und nehmen Sie an den Veranstaltungen unserer beliebten Vortragsreihe Studium Generale teil, bei der regelmäßig hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft auftreten und zu spannenden wissenschaftlichen Themen referieren. Und last but not least genießen Sie die Zeit des Studiums und das Studentenleben mit seinen vielfältigen Ausprägungen in einer lebendigen und charaktervollen Stadt inmitten einer der schönsten Regionen Deutschlands. Vor Ihnen liegt nun eine spannende, abwechslungsreiche und inspirierende Zeit, an die Sie später oft mit Wehmut zurückdenken werden. Für Ihr erstes Semester wünsche ich Ihnen einen guten Start und für Ihr Studium und Ihren weiteren Lebensweg viel Glück, Spaß und Erfolg. Liebe Studierende im ersten Semester, liebe angenehme Master, ich heiße Euch herzlich willkommen zum neuen Semester hier in Pforzheim. Mein Name ist Peter Boch und ich darf Oberbürgermeister dieser wunderbaren Stadt am nördlichen Ende des Schwarzwalds sein. Leider können wir uns auch heute nicht persönlich im Audimax unserer, eurer Hochschule sehen. Ich hoffe daher sehr, dass dies meine letzte coronabedingte virtuelle Erstsemesterbegrüßung sein wird. Aber wir können, glaube ich, vorsichtig optimistisch sein, dass die Pandemie euren Einstieg ins Studium weit weniger beeinträchtigen wird als die Semester zuvor. Dann wird es für Euch auch einfacher sein, hier in Pforzheim Fuß zu fassen, Bekanntschaften zu machen und vor allem die geselligen Seiten des Studielebens zu genießen, die unsere Stadt natürlich auch zu bieten hat. Pforzheim ist unglaublich liebens- und auch lebenswert. Ihr habt Euch auch eine exzellente Hochschule ausgesucht, die Euch unterstützen und helfen wird, mit den Widrigkeiten dieser Pandemie zurechtzukommen, wo immer es auch geht. Jedenfalls würde es mich freuen, wenn der ein oder andere am Ende seiner Studienzeit vielleicht gleich ganz hier bleibt, weil ihn diese wunderbare Stadt schlichtweg nicht mehr loslässt. Zumindest wünsche ich mir, dass Ihr alle gerne an Eure Zeit in Pforzheim zurückdenkt. Nutzt die vielfältigen Angebote, die wir hier haben und bringt Euch ins Stadtgeschehen aktiv ein. Bei aller Vorfreude auf das beginnende Studium will ich aber an dieser Stelle auch an Eure Kommilitoninnen und Kommilitonen in der Ukraine erinnern, deren Studium durch Putins verbrecherischen Angriffskrieg jäh unterbrochen wurde. Universitäten, Schulen und andere Bildungseinrichtungen liegen unter russischem Beschuss, wurden bereits zerstört oder sind zumindest geschlossen. Die Lehrenden und Studierenden sind zum Teil auf der Flucht oder verteidigen ihre Heimat. Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass dieser Wahnsinn bald ein Ende hat und wir wollen alles in unserer Machtstelle tun, um Ihnen zu helfen. Trotz dieser bedrückenden weltpolitischen Umstände wünsche ich Euch viel Erfolg und vor allem Freude beim Studium und einfach eine tolle Zeit hier in Pforzheim.